Hallo liebe Brettspielfreunde und Freunde von kooperativen Spielen. Heute zeige ich euch das Spiel Flashpoint aus dem Heidelberger Spiele Verlag. Ein Spiel für zwei bis sechs Spieler ab zehn Jahren mit einer Dauer von circa 45 Minuten. Wie immer zeige ich euch als erstes, was findet ihr in der Spiele Schachtel einen Inhalt, wie baut ihr dieses Spiel auf und wie funktionieren die Regeln. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit meinem Video zu Flashpoint Flammendes Inferno. In der Spiele Schachtel findet ihr folgenden Inhalt. Eine Anleitung, dann gibt es einen zweiseitigen Spielplan. Dann gibt es Karten mit den Farben der Spieler. Dann gibt es hier Ablaufkarten für Spielzüge und Charakterkarten, die man im fortgeschrittenen Spiel dann braucht. Dann gibt es hier Heilungsmarker und Fahrzeuge. Hier haben wir die Brand- und Rauchmarker. Dann haben wir hier die Spielfiguren, unsere Feuerwehrleute. Dann haben wir hier die Einsatzmarker. Dann haben wir hier noch Aktionenmarker für überzählige Aktionen, die man noch in der nächsten Runde ausgeben darf. Ein paar Würfel, ein paar Türen, ein paar Brandherde, ein paar Schadenszähler und noch ein paar Gefahrstoffmarker. Das ist der gesamte Inhalt dieser Spiele Schachtel. Keine Angst, ich zeige euch jetzt erst einmal die einfache Version und da fällt schon mal ein bisschen was weg. Da brauchen wir das nicht, das nicht, das nicht und auch dieses hier nicht. Das heißt, schon ist es weniger, was wir benötigen für die Einsteiger-Version. Die erkläre ich euch dann gleich. Jetzt erkläre ich euch erst mal, wie ihr diese Einsteiger-Version aufbaut. Der Aufbau des Einsteiger-Spiels, um das Spiel kennenzulernen, funktioniert folgendermaßen. Ihr legt den Spielplan mit der Seite auf den Tisch, auf der vier Türen zu sehen sind. Auf der anderen Seite des Spielplans sind es weniger Eingangstüren. Das heißt, die Feuerwehrleute haben weniger Platz, um ins Gebäude reinzukommen. Ihr legt diese Feuer-Rauchmarker neben dem Spielplan ab. Ihr legt die Würfel neben dem Spielplan ab. Ihr legt diese zusätzlichen Aktionen neben dem Spielplan ab und auch die Schadenswürfel neben dem Spielplan ab. Dann gibt es noch diese Ereignis-Marker. Und da gibt es welche, da ist was drauf. Das sind Personen, die man retten muss. Und es gibt welche, da ist nichts drauf. Das sind die Fehl-Alarm-Sachen. Und im Einsteiger-Spiel tut ihr einen Fehl-Alarm und zwei Personen-Marker aus dem Spiel raus. Den Rest dreht ihr alles auf die Rückseite. Das heißt, da sind noch fünf Fehl-Alarme drin und zehn Personen. Misch die gut durch und dann verteilen wir jetzt mal ein paar Dinge auf dem Spielplan. Zum einen legen wir auf jeden dieser Türen, also hier außen nicht, aber hier innen drin, diese ganzen Doppelstein-Felder, da legen wir Zue-Türen drauf. Das heißt, hier im Haus sind die Türen alle geschlossen. Hier nach außen sind die Türen erstmal alle offen. Im Einsteiger-Spiel gibt es dann ein paar festgelegte Räume, in denen es brennt. Und es gibt festgelegte Räume, in denen die ersten Marker liegen. Das Ganze steht hier in der Anleitung. Und wie das grundsätzlich funktioniert, sage ich euch mal schnell. Es passiert immer mit diesen beiden Würfeln normalerweise, mit denen man würfelt und dadurch kann man festlegen, wo so ein Ort ist. Denn hier haben wir die rote Würfelleiste und hier die schwarze Würfelleiste. Das heißt, das, was ich jetzt gerade gewürfelt hätte, wäre hier in der 2 und dann suchen wir die schwarze 3. Das heißt, 2, 3 wäre dieser Raum hier. Das ist auch hier nochmal aufgedruckt, deutlich zu sehen, was das ist. In der Einstiegsvariante sind die Räume aber festgelegt und die stehen, wie gesagt, hier in der Anleitung. Ich lege die Sachen jetzt kurz mal drauf. Das sind jetzt die Orte, an denen es schon mal brennt. Dann nimmt sich jeder Spieler eine Spielfigur. Und hier kann man bei zwei oder drei Spielern auch ausmachen, dass jeder Spieler zwei Figuren nimmt. Dann wird es ein bisschen einfacher. Beim Zweispielerspiel ist es wirklich zu empfehlen, dass jeder zwei Figuren nimmt. Sonst wird das Ganze sehr knackig. Im Dreispielerspiel geht die Einsteigervariante auch problemlos. Wenn da wird es dann aber schon etwas heftiger. Die Figuren stellt man dann auf die Felder vor den Eingängen. Beliebige, wo man mag, da stellt jeder drauf. Diese Karten dienen nur für die Spieler, damit sie wissen, welche Figur sie vertreten. Jeder Spieler kriegt dann hier noch so ein Aktionskartenübersichtsplettchen. Da ist alles nochmal drauf, in Kurzform, wie es funktioniert. Und zum Schluss verteilen wir jetzt nochmal die ersten Ereignisse. Auch die sind hier erstmal fest vorgegeben. Da liegt das erste auf 2,4. Darf man natürlich nicht anschauen, was da drunter ist. 2,4 wäre hier. Dann haben wir auf 5,1 den nächsten. Das ist hier. Und dann haben wir noch auf 5,8. 5 ist hier. 8 ist hier. Hier auf dem Klo ist noch eine Person. Und das ist jetzt die komplette Startaufstellung, der komplette Aufbau für die Einsteigerrunde. Und als nächstes lese ich euch mal die Spielidee vor. Alarm in der Rettungszentrale. Gerade ist ein Notruf reingekommen. Am anderen Ende der Leitung schreit eine Stimme in Panik. Hilfe, es brennt! Und es sind doch Menschen im Haus! Sekunden später schlüpft ihr in euren Schutzanzug, schnappt euch eure Ausrüstung und rast mit Blaulicht und Sirenengeheul zum Einsatzort. Das ganze Team hat nur wenige Augenblicke, um die Situation zu erfassen und einen Rettungsplan zu entwickeln. Danach geht's sofort los. Unerschrocken dringt ihr in das brennende Gebäude ein, versucht die Eingeschlossenen zu retten und das lodernde Feuer zu löschen. Vor allem aber müsst ihr als Team arbeiten. Denn das Feuer wütet und breitet sich immer weiter aus. Leben sind in Gefahr und das Gebäude droht einzustürzen. Nur gemeinsam könnt ihr es schaffen. In Flashpoint geht es also darum, das Feuer ein bisschen unter Kontrolle zu kriegen, aber hauptsächlich geht es darum, um eingeschlossene Personen zu retten. Denn wenn ihr es schafft, sieben Personen aus dem Haus zu bringen, habt ihr das Spiel gewonnen. Sollten vier Personen sterben, dann habt ihr verloren. Sollt ihr das Gebäude einstürzen, da zu viele Explosionen die Wände kaputt gemacht haben oder ihr auch selber ein paar Wände zu viel eingerissen habt, habt ihr das Spiel gemeinschaftlich verloren. Denn wir müssen kooperativ planen, wer geht wohin, wer rettet welche Person, wer löscht welche Feuer, wer macht was. Wenn man das nicht plant, ist es eigentlich ziemlich unmöglich, dieses Spiel zu gewinnen. Im Einsteigerspiel mag es noch funktionieren, wenn jeder vor sich hin bastelt. Aber in der normalen Variante, die ich euch dann im Anschluss noch erklären werde kurz, müsst ihr auf jeden Fall taktisch sehr gut planen. Wie funktioniert es eine Spielrunde für eine Person? Jede Person hat im Einsteigerspiel vier Aktionen zur Verfügung und diese Aktionen kann er für verschiedene Sachen einsetzen, wie Türen aufmachen, Feuer löschen, Rauch entfernen, Wände einschlagen oder auch eben die eingeschlossenen retten. Das sind so die Aktionen, die die Spieler machen können und die gehen wir jetzt einfach mal der Reihe nach durch und was die auch kosten. Denn nicht jede Aktion kostet einen Punkt. Aber was einen Punkt kostet, ist ganz einfach mal das Bewegen. Ich sage, der Rote fängt jetzt mal an. Der bewegt sich jetzt mal eins, zwei, drei, vier Felder vorwärts. Dann hat er seine vier Aktionen schon verbraucht und wäre jetzt mit seinem Zug soweit schon fertig. Er steht jetzt hier auf dem ersten Ereignismarker. Den darf er kostenlos noch umdrehen und gucken, was drauf ist. Und ja, hier ist schon mal eine Person, die er retten kann. Ja, jetzt ist seine Aktionsphase eigentlich zu Ende, denn er hat seine vier Aktionen aufgebraucht und es würde jetzt zur nächsten Phase für ihn übergehen. Ich gehe jetzt aber kurz die Aktionen durch, die ein Spieler machen kann. Dann komme ich gleich zur nächsten Phase. Er hätte auch hier gehen können, eins, zwei, drei und mit seinem vierten Zug hier die Tür öffnen können. Denn auch Türen öffnen kostet nur eine Aktion, ebenso wie Türen schließen. Möchte er im nächsten Zug, wenn er wieder dran wäre, hier in diesen Raum rein und da ist noch Feuer. Dann kostet ihm der Zug auf das Feld mit Feuer zwei Bewegungspunkte und nicht nur einen. Vom Feuer runter ist es wieder ein Bewegungspunkt. Möchte ein Spieler ein Feuer löschen, das auf seinem Feld oder auf einem angrenzenden, senkrecht, waagerechten Feld vor ihm ist, kostet ihn das zwei Punkte, wer das komplette Feuer löschen möchte. Er kann aber auch nur einen Punkt ausgeben, um das Feuer in Rauch umzuwandeln. Das kostet ihn nur einen Punkt, aber wie gesagt, in Rauch umwandeln neben einer Feuerstelle ist ziemlich sinnlos, denn das anzündet sich danach sowieso wieder. Also ein komplettes Feuer entfernen in einem angrenzenden, waagerechten, senkrechten Bereich kostet zwei Aktionspunkte, wenn man es komplett entfernt oder eben in Rauch umwandeln, kostet einen Aktionspunkt. Die Person, die man dann hier gefunden hat mitzunehmen, kostet jeweils zwei Aktionspunkte für die Bewegung, nicht nur eine Aktion. Und das letzte, was ich machen kann, ist einfach irgendwo eine Mauer einschlagen. Eine Mauer hat immer zwei Lebenspunkte, könnte man sagen, wenn man zweimal darauf eingedroschen hat, ist die Mauer kaputt und ich kann an der Stelle durchgehen. Jedes auf die Wand einschlagen kostet mich zwei Aktionspunkte und jedes Mal lege ich hier so einen schwarzen Schadensmarker drauf. Zwei Aktionspunkte, vier Aktionspunkte, meine Aktion ist beendet, aber ich kann in Zukunft hier durchgehen, allerdings kann auch das Feuer hier durch. Dazu kommen wir jetzt gleich. Mit den Schadensmarkern muss man ein bisschen aufpassen, denn wenn alle diese Schadensmarker hier verbaut sind, sei es dadurch, dass ich die Wand einschlage oder sei es dadurch, dass durch eine Explosion eine Wand beschädigt wird, wenn die alle verbaut sind, dann stürzt das Gebäude ein und das Spiel ist verloren. Also hier darf man nicht zu inflationär damit umgehen. Wie gesagt, im Einsteigerspiel hat man diese Möglichkeit gleich mal mit eingebaut, dass man vielleicht nicht hier außen rum erstmal rennt, um den hier zu retten, sondern vielleicht sich einfach hier durch die Mauer gleich mal durchprügelt. Das haben sie im Einsteigerspiel schon mal schlau hingedreht, dass man das auf jeden Fall mal ausprobieren wird. Also zusammengefasst, einen Schritt bewegen, einen Punkt, einen Schritt auf Feuer bewegen, zwei Punkte, Tür öffnen, Tür schließen, einen Punkt, eine Person mitnehmen, zwei Punkte pro Feld, ein Feuer löschen komplett, zwei Aktionspunkte, ein Feuer auf Rauch umdrehen, einen Aktionspunkt, eine Wand einschlagen pro Schaden, zwei Aktionspunkte nach zwei Schaden, also vier Aktionspunkten, ist die Wand kaputt und ich kann durch. Das sind die Aktionen, die der Spieler machen kann und wie ich ja vorher schon gesagt habe, 1, 2, 3, 4, gehe ich hier zu diesem Ereignisplättchen, drehe das um, habe hier eine Person, die ich retten muss und bin mit meinem Zug jetzt eigentlich fertig. Möchte oder kann er nicht seine vier Aktionen ausführen, darf sich der Spieler für jede Aktion, die er nicht ausgeführt hat, einen dieser grünen Marker zu sich nehmen und die darf er in der nächsten Runde dann einfach einsetzen und zusätzlich zu seinen vier Aktionen mit diesen Markern spielen, die darf er aber nur bis auf vier Stück bei sich stapeln, das heißt mehr wie vier Stück von denen darf er nicht haben, aber bis zu vier kann er eben aufsparen und wenn er vier hätte, dürfte er im nächsten Zug dann acht Aktionen machen. Das nicht vergessen, das sind wichtige Züge, die man so tut, nur dummerweise muss ich jetzt auch für das Feuer eine Runde mitspielen und muss das Feuer sozusagen jetzt weiter sich ausbreiten lassen und das mache ich dadurch, indem ich hier diese beiden Würfel nehme, mit diesen Würfeln Würfel und hier habe ich jetzt eine 3, 3 gewürfelt, auf dieses Feld käme jetzt neues Feuer rein. 3, 3 wäre jetzt hier, da hätten wir gleich eine besondere Aktion, aber ich will euch jetzt der Reihe nach erklären, was das Feuer so treibt und damit fange ich jetzt einfach mal an, indem wir einfach sagen, das Feuer kommt in ein Feld, wo noch nichts ist. Kommt es auf ein Feld, wo außenrum noch kein Feuer ist und nichts, kommt es als Rauch ins Spiel, nicht als Feuer, sondern als Rauch. Das heißt, überall, wo hier nichts ist, kommt es als Rauch rein. Auch hier kommt es erstmal als Rauch rein, aber das entzündet sich danach gleich. Das wäre also noch der beste Weg, wir haben erstmal nur Rauch. Kommt Rauch auf bereits liegenden Rauch nochmal drauf, wird daraus sofort Feuer. Kommt Rauch, wie gesagt, auf ein Feld angrenzend an eine Feuerquelle, wird daraus auch sofort Feuer. Und kommt der Rauchmarker auf ein Feld, wie jetzt bei uns, die 3, 3, das ist natürlich das dümmste, was passieren kann. Auf der schon Feuer drauf liegt, kommt es zu einer Explosion. Das Thema Explosion kann man schön erklären, denn bei einer Explosion passiert einfach folgendes. Barkrecht, senkrecht, breitet sich das Feuer einfach vom Explosionsherd jetzt aus. Und je nachdem, was da zu finden ist, passiert folgendes. Nach unten trifft das Feuer auf einen leeren Bereich, das heißt, hier kommt einfach neues Feuer hinzu. Nach oben breitet sich die Explosion aus, knallt auf die Wand, da kommt ein Schadensmarker drauf. Hierüber knallt sie gegen die Tür, die Tür ist eigentlich zu gewesen, die sprengt es weg und die Wand ist sofort kaputt. Das sind diese zwei Marker, das heißt, die Tür sprengt es wirklich raus und die Tür ist kaputt. Und in dieser Richtung haben wir schon ein Feuer liegen, das heißt, hier gibt es einmal eine Druckwelle. Das Feuer breitet sich in dieser Richtung durchs bestehende Feuer aus. Und auch hier hinten kommt in das nächste leere Feld ein Marker rein. Wäre die Druckwelle in der Richtung auf eine Wand geknallt, weil hier jetzt schon ein Marker gelegen wäre, hätten wir natürlich wieder die Zerstörung gehabt an dieser Stelle von der Wand um einen Schadensmarker. Explosionen breiten sich durch offene Türen aus, Explosionen breiten sich durch kaputte Wände aus. Da wird also dann durchgeschossen, sobald was kaputt ist, offen ist, geht die Explosion weiter. Die Druckwelle würde, wenn jetzt hier nochmal Feuer reinkämmen, hier durch die Tür schießen und hier hinten auftauchen, da hätte man dann eine Menge Spaß. Wie gesagt, das ist ein bisschen Würfelglück, wo das Feuer reinkommt. Das war natürlich jetzt kein großartiger Würfelwurf, dass das Feuer an dieser Stelle reinkommt. Aber so ist das Leben und damit müssen wir jetzt einfach arbeiten. Besondere Auswirkungen des Feuers gibt es dann noch, wenn Personen mit im Spiel sind. Jetzt sagen wir mal, ich wäre jetzt hier gestanden, hier wäre die Explosion gewesen, hier wäre Feuer mit rausgekommen und die Ausbreitung des Feuers ist dann beendet. Dann wird, bevor die dritte Phase beginnt, jetzt noch abgearbeitet, was mit den Personen passiert. Stand hier ich alleine, so wirft es mich um und ich muss meine Person auf ein Rettungswagenfeld legen und von da muss ich dann in der nächsten Runde neu starten und mich wieder hier reinarbeiten. Das heißt also, wenn ich selber auf einem Feld mit Feuer stehe am Ende meines Zuges, wenn ich meine vier Aktionen gemacht habe, da sollte ich auf keinen Fall mehr auf Feuer stehen, sonst falle ich um und komme hier raus. Kann eben passieren, wenn eine Explosion kommt und ich da dumm stehe, stehe ich auch, wenn ich vorher nicht auf Feuer stand, dann eben auf Feuer, wenn die Explosion mich hier mitnimmt. Sollte auf diesem Feld gleichzeitig noch eine Person gewesen sein, die ich rausgetragen habe oder auch sonst eine Person sein, die einfach jetzt im Feuer liegt, ist diese Person tot und kommt hier raus auf das Feld für die verlorenen Personen. Und wenn hier mal vier liegen, hat die ganze Gruppe das Spiel verloren. Also das ist das Feld. Der Opfer sollte nach der Explosion oder nach dem Durchzünden jetzt irgendwo noch ein Rauchmarker neben einem Feuermarker liegen, weil der vorher hier lag, das Ding ist hier durchgeschossen, und der liegt jetzt hier, dann entzündet der sich natürlich auch noch. Es darf am Ende meiner Runde kein Rauchmarker direkt neben einem Feuermarker liegen, der sich nicht entzündet hat. Alle Rauchmarker entzünden sich am Ende meines Zuges automatisch, wenn sie wahr kriegt oder senkrecht, an einem Feuer dran liegen. Ja, und wenn das dann erledigt ist, dann schaue ich noch, liegen noch drei von diesen Ereignismarkern auf dem Spielplan, dann ist alles gut. Wenn keine drei mehr da liegen, weil einer durch Feuer gestorben ist oder ich einen rausgetragen, gerettet habe und hier oben reingelegt habe, dann würfel ich mir hier ein neues Ereignis auf den Spielplan. Ist da kein Feuer, ist es kein Problem, lege ich den rein. Ist Feuer an der Stelle, wo ich den reinwürfel, kommt das Feuer weg und die Person steht einfach dann da. Da passiert der Person noch nichts, denn es könnte ja auch ein leeres Plättchen mit einem Fehlalarm sein. So, jetzt habe ich hier eine Menge Plättchen auf dem Spielplan ausgelegt, aber egal, wir haben soweit gespielt, dass wir jetzt einfach anfangen. Ich werde euch jetzt einfach in der Beispielrunde noch hier ein paar Züge spielen. Ihr werdet sehen, das Einstiegsspiel ist wirklich nicht schwer. Von den Regeln her ist das Spiel sowieso nicht so schwer und nach ein paar Zügen in der Beispielrunde werde ich euch noch die fortgeschrittenen Regeln ein bisschen näher bringen. Der rote Spieler war also dran, ist hier reingegangen mit seinen vier Zügen, hat den hier umgedreht, hat dann schlecht gewürfelt, hat hier eine Explosion ausgelöst, die hat die Tür weggesprengt, die hat hier die Mauer beschädigt, die hat hier unten Feuer auflodern lassen, die hat hier eine Druckwelle ausgelöst und hier hinten nochmal Feuer auflodern lassen. Damit ist diese Sache erledigt, Rauch lag jetzt keiner nebendran. Wir haben auch immer noch drei Ereignismarker auf dem Spielplan liegen, also ist der nächste Spieler dran und ich sage es einfach mal, ich spiele jetzt noch meine grüne Figur und die geht jetzt hier einen Schritt, haut dann für zwei Aktionspunkte hier auf die Wand einmal ein, dann hat er drei Aktionen gemacht und die letzte Aktion spart er sich auf, dann nimmt er sich mal so grünen Marker. Dann muss auch er wieder ein bisschen Feuer ins Spiel bringen, er würfelt, hat die 8, 3, jetzt schauen wir mal, die 8 ist hier, die 3 ist hier unten, da ist noch nichts, das heißt hier kommt nur Rauch rein, es liegen immer noch drei Ereignismarker herum, also ist auch seine Runde beendet, der Rauch liegt nicht neben Feuer, also entzündet er sich auch nicht und der blaue Spieler, sagen wir mal, kommt an die Reihe, der geht jetzt hier rein, eine Aktion, zwei, drei, ein Feuer entfernen und vierte Aktion, er geht hier rüber, auch er muss jetzt würfeln, hat die 8, 2, 8, 2 ist hier unten, auch hier kommt Rauch rein und auch er ist damit fertig, dann kommt der gelbe Spieler dran, der würde ganz gern hier rüber, das heißt 1, 2, 3, die Tür öffnen, 4, hier reingehen, auch er muss wieder Feuer ins Spiel bringen, hier haben wir die 4, 5, die 4 ist hier, die 5 ist da, das heißt hier käme Rauch rein, der Rauch liegt direkt neben dem Feuer, das heißt auch der Rauch entzündet sich sofort zu Feuer und somit ist auch der Spieler gelbfertig und wir gehen zurück zum Spieler Rot, der war hier gerade an einer Rettungsaktion, ich stelle mich jetzt auf diesen Marker drauf, 1, 2 Schritte, 3, 4 Schritte, denn jeder Schritt mit einer geretteten Person sind zwei Aktionspunkte, damit bin ich wieder fertig, ich würfe 3, 5, schauen wir mal, 3 ist hier, das ist immer schlecht, 5 ist da, das ist super schlecht, ich lege immer so zu merken, wo das jetzt war, hier war ein Marker drauf und weiß, das ist jetzt wieder mal eine Explosion, gehen wir aus der Reihe nach durch, hier unten wird die Wand kaputt geschlagen, um eins, auch hier nach unten wird die Wand um eins kaputt geschlagen, auch hier nach drüben kommt es zu einer Druckwelle und die Wand wird um eins zerstört und hier haben wir das Problem, auch hier kommt eine Druckwelle und die geht durch die Tür durch, weil die schon weg ist und jetzt brennt es hier unter unserem blauen Feuerwehrmann und diese Person wird von der Druckwelle umgeworfen und vom Spielplan entfernt und zum nächstbesten Rettungswagen gelegt oder gestellt und muss jetzt eben wieder von vorne ins Haus hineinwandern, somit haben wir diese Explosion abgehandelt, gestorben ist ansonsten keiner, den Marker kann ich jetzt wegtun und das war wieder eine schöne Explosion, dann haben wir den grünen Spieler, der haut nochmal für 1, 2 Punkte hier auf die Wand, dann gehe ich für den dritten Schritt hier rein, das Umdrehen kostet nichts, da haben wir so ein Mädel, da habe ich noch einen Aktionspunkt übrig, plus meinen, den ich aufgespart habe, das heißt, den gebe ich her, dann habe ich noch zwei und mit diesen Zweien gehe ich schon mal hier hoch, dann würfel ich hier wieder Feuer rein, auf 6, 1, 6 ist hier oben, 1 ist da hinten, da kommt dann Rauch rein an dieser Stelle, dann ist unser blauer Spieler dran, der darf wieder aufstehen, muss sich jetzt eben bewegen, einen Schritt, zwei Schritte, 3, 4, wir löschen wieder mal hier das Feuer, dann bin ich fertig, ich schaue, wo kommt neues Feuer rein, auf 4 und 8, 4 und 8, das ist hier an dieser Stelle, Rauch, wie gesagt, tut den Personen nichts, das ist vollkommen okay, da kann man durchgehen, da kann man auch Personen durchtragen, das ist kein Problem, dann kommt unser gelber Spieler noch in die Reihe, der geht einen Schritt hier rüber, schaut, wer liegt denn hier, eine Falschmeldung, das heißt, die kommt raus, die legen wir weg und dann haben wir aber erst eine Aktion gemacht, in die wir hier rüber gegangen sind, dann machen wir noch eine zweite Aktion, wir gehen zurück, dritte, vierte Aktion, wir hauen uns hier die Wand auf und versuchen dann mal hier drin zu löschen, sind somit fertig, würfeln wieder mal ein bisschen Feuer dazu, 4, 6, das ist schon wieder nicht so gut, glaube ich, aber da haben wir noch Glück gehabt, das ist hier, da kommt Rauch, Rauch neben Feuer, wird sofort Feuer und somit ist der gelbe Spieler auch fertig und wenn wir jetzt schauen, haben wir nur noch zwei Marker liegen, weil hier hatten wir ja einen Fehlalarm, das heißt, wir müssen jetzt auch einen neuen Marker reinwürfeln, der kommt auf 5, 7, kommt der ins Spiel, das wäre dieses Feld, das heißt, das Feuer verschwindet an dieser Stelle und das neue Ereignis ist hier reingekommen, dann ist unser roter Spieler dran, der packt jetzt den hier, 1, 2, 3, 4, aus dem Gebäude, darf den hier zu den Geretteten legen, und wie gesagt, sieben Gerettete brauchen wir, um das Spiel zu gewinnen, vier, die es nicht geschafft haben und wir haben das Spiel verloren, dann würfel ich das Ereignis für die neuen Feuerquellen, das ist natürlich jetzt saublöd, 5, 7 ist natürlich genau auf einem Ereignis Marker, der natürlich auch, nachdem es jetzt hier als Rauch reinkommt, aber neben Feuer ist, sich sofort entzündet und sofort diese Person umbringt, die zum Glück aber auch nur ein Fehlalarm war, also weg damit, jetzt muss ich neue Sachen reinwürfeln, dass wieder 3 drin liegen, einmal auf die 6, 1, das ist hier hinten, kommt eine drauf und dann würfel ich nochmal, weil wir haben nur noch einen Marker hier, den anderen habe ich rausgetragen, auf die 3, 2 kommt auch noch ein Marker rein, der ist natürlich leicht zu retten für den Blauen zum Glück und damit sind wir fertig, der grüne Spieler geht auch nochmal 1, 2 Schritte hinaus, bringt diese Person in Sicherheit, nutzt seine dritte Aktion, um den Rauch hier zu entfernen und seine vierte Aktion, um hier rein zu gehen, dann würfelt er wieder Flammen hinzu auf die 3 und 7, das ist hier und auch, weil wir nur noch 1, 2 Marker hier haben, einen neuen Marker dazu auf die 3, 5 der landet natürlich schön hier, zum Glück kann den unser Gelber dann gleich retten, wenn er dran ist, ja, so läuft diese Einstiegsrunde eben, ich muss versuchen sieben Personen zu retten, bevor vier Personen gestorben sind oder alle diese schwarzen Marker an den Wänden verbaut sind, dann habe ich das Spiel gewonnen und alle sind glücklich, das ist in der Einstiegsvariante noch nicht so schwierig, ich werde euch jetzt einfach noch die fortgeschrittene Variante im nächsten Video erklären, da spiele ich dann nicht mehr viel vor, sondern ich werde euch die einfach erklären, was sich da noch zusätzlich ändert, das ist gar nicht so viel, aber das macht das Ganze natürlich nochmal um einiges spannender. Dann erkläre ich euch noch kurz die Änderungen für ein fortgeschrittenes Spiel, das baue ich euch jetzt nicht mehr auf, ich werde euch das einfach mal kurz erklären. Die grundsätzlichen Regeln bleiben erstmal erhalten, das heißt die Aktionen, die die Spieler in der normalen Version machen, können sie auch hier in der fortgeschrittenen Version machen. Was wir in der fortgeschrittenen Version noch extra haben, sind Fahrzeuge, und zwar einen Krankenwagen und ein Löschfahrzeug. Da können sich die Spieler beraten, auf welches von diesen Feldern hier ein Löschfahrzeug soll und auf welches ein Krankenwagen, denn die Besonderheit ist hier schon mal, wenn ich eine Person aus dem Gebäude trage, muss ich sie in den Krankenwagen verfrachten, um sie als gerettet werden zu können. Das heißt, hier langt es nicht mehr einfach nur die Person rauszutragen, sondern auch der Krankenwagen muss richtig stehen. Und mit dem Löschfahrzeug kann ich noch eine größere Löschaktion durchführen, das erkläre ich euch gleich noch. Also, ihr entscheidet euch, wohin mit diesen beiden Fahrzeugen. Dann entscheidet ihr euch, wen wollt ihr denn spielen, denn wir haben diesmal nicht einfach nur Personen, sondern wir haben Spezialisten für alle möglichen Themen. Hier oben in der Ecke steht immer, wie viele Aktionspunkte sie grundsätzlich haben und wenn sie weniger Aktionspunkte haben, haben sie meistens dafür eine tolle Fähigkeit. Wir haben zum Beispiel hier den Spezialisten mit Wehrbildkamera, der kann für einen Aktionspunkt identifizieren und zwar einen beliebigen von diesen Markern auf dem Spielplan kann er von irgendwo aus identifizieren für einen Aktionspunkt, was da drunter ist. Ein Löschspezialist, der hat drei freie Aktionen, umzulöschen, das heißt, er hat drei Aktionen, ansonsten um sich zu bewegen, um Türen aufzumachen oder Sonstiges, aber er hat drei freie Aktionen zusätzlich, um Löschen durchzuführen, das heißt, er könnte ein komplettes Feuer und einmal Rauch löschen in seiner Runde. Dann haben wir noch Gefahrspezialisten, der kann Gefahrstoff entfernen für zwei Aktionspunkte und muss ihn nicht erst raustragen, der Alleskönner hat sonst keine Sonderfunktionen, aber hat einfach fünf Aktionspunkte pro Runde und so weiter und so fort. Hier hat man einfach jetzt verschiedene Möglichkeiten. Die Sachen kann man an die Spieler blind verteilen, man kann sagen, wir suchen uns selber aus, was wir spielen wollen, das könnt ihr entscheiden, wie ihr wollt. In der fortgeschrittenen Variante kann man zusätzlich nicht nur fortgeschritten spielen, sondern in drei verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Da gibt es die Rekruten, die Veteranen und die Heldenstufe und je nachdem, was ihr wählt, kommen mehr Feuer und mehr Gefahrstoffe ins Spiel und die Feuer werden hier nicht einfach festgelegt, indem ich jetzt wie beim Einsteigerspiel die Feuer irgendwo hinlege, nein, es finden in der Rekruten- und Veteranen-Version drei Explosionen in dem Haus statt und in der Helden-Version sogar vier Explosionen und von diesen Standpunkten aus werden einfach die Flammen verteilt, je nachdem, wie die Regeln da anzuwenden sind, das heißt, wenn ich jetzt die erste Explosion hier habe, dann ist halt die Tür kaputt, die noch gar nicht da ist, dann ist halt die Tür kaputt, dann ist jetzt die Wand kaputt, dann breitet sich hier das Feuer aus, dann breitet sich hier das Feuer aus, das wird nach den ganz normalen Regeln abgehandelt, aber jedes Feuer wird auch anders ins Spiel gebracht, für das erste Feuer würfelt man zum Beispiel nur den schwarzen Würfel und da gibt es eine Tabelle, wo die erste Explosion stattfindet, die zweite Explosion würfelt man mit beiden Würfeln, einfach so lange bis man ein freies Feld hat, dann wird dann die nächste Explosion ausgeführt, dann wird nur der achtseitige Würfel auf genau die andere Seite gedreht und nur der rote Würfel wird gewürfelt, so lange bis man ein freies Feld wieder gefunden hat, wo dann die dritte Explosion stattfindet und so baut man sich einfach zufällig hier die Explosionen auf, auf jede Explosion kommt zusätzlich zu diesem Feuer auch noch so ein Brandherd mit oben drauf die Brandherde sind eine ganz fiese Sache denn die verschwinden niemals vom Spielplan die bleiben immer da auch wenn ich das Feuer lösche bleibt hier ein Brandherd Marker drauf das ist eine ganz fiese Nummer und zusätzlich kommen im normalen und veteranen Spiel hier noch sechs Marker drauf das ist die Höchstzahl von Brandherden die ins Spiel noch kommen kann zusätzlich zu den drei Brandherden durch die Explosionen im Heldenspiel kommen bis zu zwölf Marker dazu das wird dann nochmal richtig knackig dann werden noch ein paar Gefahrstoffe verteilt das sind die Dinger leicht entzündliche Dinge wie Benzin Kanister Propan Gas Flaschen Sonstiges so oft würfeln wie es in der Schwierigkeit angegeben ist bis man ein freies Feld getroffen hat und da legt man eben die Gefahrstoffe rein ebenso legt man zwei Personen einen Fehlalarm Marker aus dem Spiel und je nachdem wie viele Spieler dann mitspielen werden noch zusätzliche Brandherde im Spiel verteilt bei drei Spielern kommen nochmal zusätzlich zwei Brandherde dazu die man einfach erwürfelt und einfach auf das Feld legt was man gewürfelt hat sollte man ein Feld drei Spielern zwei bei vier Spielern drei und dann nochmal in der Version Veteran oder Held nochmal ein paar mit dazu also hier kann eine Menge Brandherde erst mal noch verteilen die Spezialisten haben wir gehabt die Fahrzeuge haben verteilt und jetzt kommen noch ein paar zusätzliche Regeln ins Spiel da haben wir zum einen zwei Aktionen mehr für die Spieler das eine wäre den Spezialisten auszuwechseln das heißt möchte ein Spieler während des Spiels mal ein anderer sein dann kann er am Anfang seines Zuges zwei Aktionspunkte ausgeben um sich einen anderen Spezialisten zu wählen der noch nicht verteilt ist an die Spieler mit diesem Spezialisten darf er dann sofort auch noch die zwei restlichen Aktionen oder zusätzliche Aktionen ausführen er hat einfach zwei Aktionen weniger die er fürs wechseln ausgeben muss dann kann es dann für zwei Punkte einfach auf das nächste Feld fahren das heißt das hier kostet zwei Punkte will ich es hier rüber fahren kostet es mich vier Punkte den Krankenwagen den kann ich per Funk anfunken auch von innerhalb des Hauses auch der kostet mich zwei Aktionspunkte um eine Ecke weiter zu fahren und zwei Ecken weiter fahren wie gesagt vier Punkte den kann ich anfunken und beim Löschwagen muss ich aber draufstehen um den zu bewegen gerettete müssen wie gesagt in den Rettungswagen reingebracht werden damit sie zählen und das Löschfahrzeug hier hat noch eine Besonderheit das nennt sich den Löschmonitor wenn man jetzt hier in einem Raum einfach ein paar Brände hat sagen wir mal so fährt mit dem Löschfahrzeug hierher und gibt jetzt vier Aktionspunkte aus dann kann man hier in diesen Raum rein löschen und das macht man folgendermaßen ihr würfelt mit den beiden Würfeln dann kommt eine Zahl raus jetzt habe ich hier 8 und 1 gewürfelt 1 ist hier 8 ist da das heißt das wäre jetzt nicht mit diesem Quadranten dann drehe ich einfach den Würfel um auf die Rückseite von der 8 dann bin ich auf der 3 das heißt hier hat mein Löschmonitor eingeschlagen und von hier aus löscht er jetzt einfach angrenzende Feld in allen Richtungen das heißt hier wird gelöscht hier wird gelöscht hier wird gelöscht und hier wird gelöscht das heißt das verschwindet natürlich perfekt wenn ich dann so einen Ort treffe dann wäre hier weg hier weg hier weg und hier weg das heißt damit kann ich große Brände löschen das Wichtige ist um den Löschmonitor einzusetzen darf sich in dem Bereich in dem der löschen kann das ist hier bei diesem Fahrzeug der rot umrandelte Bereich darf sich keine Person kein Feuerwehrmann befinden das heißt wenn da einer drin steht dann darf ich den nicht hernehmen das hier ist außerhalb das ist schon der Löschmonitor von dem hier unten das ist alles hier so rot umrandet ist eben der Bereich den es betrifft wenn ich hier lösche zum Beispiel und hier auch Feuer ist was schon im nächsten Quadranten wäre wird das natürlich trotzdem mitgelöscht Wände Türen und so weiter behindern natürlich das Löschen wie beim ganz normalen Spiel beim Feuer ausbreiten machen wir das gleiche wir würfeln schauen wo breitet sich das Feuer aus und je nachdem was wir eben zusätzlich noch treffen passieren folgende Dinge kommt es während eines Ausbreitens zur Explosion eines Gefahrstoffs das bedeutet kommt ein Feuer unter den Gefahrstoff dank einer Druckwelle oder sonstigem dann explodiert dieses Ding also nur wenn wirklich ein Feuer da direkt drunter ist dann explodiert dieses Gefahrstoff Markerl wenn das Feuer daneben ist dann passiert noch nichts explodiert aber der Gefahrstoff wird eine ganz normale Explosion an dieser Stelle durchgeführt der Gefahrstoff kommt dann weg und an dieser Stelle kommt wieder so ein kleiner Brandherdmarker einen Gefahrstoff kann ich genauso wie eine Person transportieren ich kann die einpacken für zwei Aktionspunkte um ein Feld bewegen ich darf es natürlich nicht auf Feuer tragen sonst explodiert das Ding sofort aber ansonsten kann ich es auch raustragen und jetzt kommen wir zu den lustigen Dingern die sich hier Brandherde nennen würfel ich beim Ausbreiten des Feuers in meiner Runde einen Punkt wo ein Brandherd drauf ist wie gesagt Brandherde bleiben auch liegen wenn ich ein Feuer gelöscht habe dann breitet sich das Feuer erst mal von dem Feld ganz normal aus das heißt ist nichts in der Nähe entsteht hier erstmal Rauch so ein kleines Brandherdding entzündet keinen Rauch zu Feuer sondern es wird ganz normal abgehandelt als wäre da noch nichts liegt da natürlich schon Rauch kommt dann hier Feuer hin liegt hier schon Feuer gibt es eine Explosion aber der Brandherdmarker bleibt immer an dieser Stelle liegen egal was passiert ob ich es lösche oder sonstiges der bleibt immer liegen der Brandherd ist keine brennende Flamme sondern einfach eine aufgeheizte Stelle die explodieren kann und wenn ich einen Ort gewürfelt habe wo ein Brandherd ist dann würfel ich nochmal treffe ich wieder einen Ort wo ein Brandherd ist mache ich auch hier ganz normal die Ausbreitung des Feuers ich würfel also so lange bis ich mal einen Ort treffe auf dem kein Brandherd drauf ist dann mache ich auf dem Ort aber auch nochmal die Ausbreitung des Feuers aber dann ist gut das heißt durch die Brandherdmarker kann ich wenn ich Pech habe einfach sehr oft nochmal würfeln müssen weil ich einen Ort mit einem Brandherd eben treffe und dieser Brandherd nicht aus dem Spiel zu entfernen ist und auf diesem letzten Feld wo die Auswirkungen des letzten Brandherds hier eben gemacht werden auf dieses Feld kommt von außen auch nochmal ein neuer Brandherd mit dazu das heißt durch diese Aktion kann höchstens sechsmal ein neuer Brandherd dazu kommen was aber nicht verhindert dass ich einfach so oft würfeln muss wie ich so ein Feld mit Brandherd treffe was einfach ziemlich stressig sein kann ja die restlichen Regeln bleiben gleich ich muss immer noch versuchen sieben Personen zu retten weniger wie vier Personen dürfen sterben beim Einsetzen der Personen gibt es noch einen kleinen Unterschied hier ist es nicht so dass wenn hier drin alles brennt ich einfach sage na gut dann mache ich das Feuer weg und setze die Person hier rein nee hier gibt es dann diese Pfeile hier sind es gelbe Pfeile hier sind es blaue Pfeile hier sind es gelbe Pfeile hier sind es rote Pfeile die mir einfach sagen auf welches angrenzende Feld ich die Person lege wenn da schon was ist also wenn ich jetzt hier drin überall hier Feuer habe und würfel von mir aus jetzt dieses Feld dann schaue ich in Pfeilrichtung blau hier ist schon was blau hier ist noch nichts dann lege ich einfach die neue Person hier rein hier außenrum wird dann auch geschoben oder wenn die Mauer kaputt ist oder eben auch in andere Räume rein je nachdem wo der Pfeil halt hinzeigt gehe ich halt so lang mit bis ich die Person irgendwo reinlegen kann kann ich sie nicht reinlegen dann würfel ich einfach nochmal und schau dass ich sie woanders unterbringe also auch hier eine kleine Verschärfung es verschwindet kein Feuer wenn das da liegt sondern ich muss einfach weiter schauen wo ist denn dann noch Platz für meine Person ja die restlichen Regeln bleiben gleich aber ich denke das lang zum Verschärfen des Spiels auch wenn man es eben noch härter will dann dreht man den Spielplan auch noch um dass man nur noch zwei Türen hat wo man raus kann da muss man durchs ganze Haus rennen hat natürlich mit dem Rettungswagen auch nicht zu weit zum fahren im Rettungswagen kann auch eine Person mitfahren oder im Feuerwehrwagen fährt auch die Person mit wenn sie das möchte das kann man machen ja das ist wie gesagt die fortgeschrittene Variante die ihr nach dem Einsteigerspiel sofort auspacken solltet und die ihr sofort danach gleich noch spielen solltet da werdet ihr dann nicht so oft gewinnen wenn die Würfel euch nicht holz sind werdet ihr da relativ oft verlieren aber das macht das ja aus beim kooperativen Spiel dass man sich hier auch ein bisschen reinfuchsen muss und nicht einfach jedes Spiel automatisch gewinnt sonst macht ein kooperatives Spiel ja auch keinen Spaß gemeinsam gewinnen gemeinsam verlieren das ist die Devise und das Wichtigste ist einfach Spaß dabei haben das war sie meine Spielevorstellung von Flashpoint Flammendes Inferno aus dem Heidelberger Spieleverlag ein sehr schönes kooperatives Spiel für zwei bis sechs Spieler mit zwei Spielern würde ich wirklich empfehlen dass jeder zwei Feuerwehrleute spielt ansonsten wird das Ding richtig schwer vor allem in der fortgeschrittenen Version kommt ihr unter vier Feuerwehrleuten relativ schwierig vorwärts ansonsten hoffe ich einfach dass euch das Video gefallen hat und wir sehen uns dann im nächsten Brettspiel Video wieder bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit Servus macht es gut euer Michael